Hill, Damon, die nächste gelbe Flagge, oh, jetzt müssen wir ganz vorsichtig losfahren, wenn er da wegkommen will, sofern der Motor noch läuft. Oh, zu weit ausgeholt, Sie haben es gesehen, das Hinterrad ist neben die Strecke gekommen, also hat praktisch auf dem Strich gebremst und hat natürlich hinten links dann am linken Hinterrad die Haftung verloren, aber der Motor ist aus, also wieder muss der Bagger kommen. Gleich die Highlights auf unserem Boxengassenkanal in wenigen Sekunden. In fünf Sekunden muss ein Fahrer, was will ich ihm jetzt sagen, in fünf Sekunden muss ein Fahrer aussteigen und in weiteren fünf Sekunden das Lenkrad wieder draufstecken können. Wem galten die Handzeichen, steht da vielleicht jemand?